jetzt im test die kanonenschläge von komet feuerwerk 399 bei edeka gekauft sechs stück sind enthalten und drei variierten testen sehr schlecht war immer den nächsten der ordentlich gedrückt der hat sehr schön gedrückt kann man nicht viel von erwarten ich denke ganz in ordnung ein bisschen überteuert aber naja komet war halt